ja halloche Leute hier ist euer Sachse Junior wir spielen weiter mit Borderlands 2 wir haben jetzt Polen warte ich will schauen was machen wir jetzt ah machen wir diese sonst müssen wir jetzt irgendwo weg teleportieren jup natürlich ja was haben wir in der letzten Folge gemacht wir haben der Tagesbücher von Jack gefunden fünf Stück haben wir die der Dr. Z Mischung Monster getötet das war zufällige Mission und was haben wir noch einmal gemacht einfach haben wir eine Mission gemacht ah ja diese hallo hä wie jetzt ähm wir haben noch den Hyperion verklagt da ist er ja weil er hat sein den Onkel irgendwas von jemandem getötet hat Hyperion weil er hat irgendwas hergefunden ich sollte nicht und so weiter ich weiß nicht was war da dann los irgendwelche Erfindung äh sag nicht dass sie nicht hier noch äh äh doch das ist hier phew look up fülle ha ah Haut Hose Haut 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 IJET diese Spiele wird echt brutal und Problem habe ich jetzt eins ein kleine bisschen Problem habe ich wozu Henker finde ich einen Auto kann mich jemand sagen ich hab kein bock 1500 Kilometer rumrennen und wegen einem Fahrzeug zu finden ohja scheiß geil sind wir eins warte muss ich nochmal schauen ach hier ist eine Nachricht und wir sind ah ach da ist es schon gut das freue mich und so und so 10 wenn du ernst hast das lernen sie nicht die zu tüten wir fahren wir fahren so schön wir fahren zu hause finden ich glaube hier lang muss ich oh ah da sind die tschüss 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 ein 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 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 7 8 9 5 5 6 7 8 10 11 5 6 5 7 7 7 9 10 11 12 12 13 Okay. Okay. Die des. Du bist jetzt schon mal mit deinem eigenen Kampf? Juhu! Juhu! Ok, machen wir dann. Juhu! Oh, ich kann. Ach ja, stimmt! Hä, wieso? Sie haben mich nicht abgeschlossen, wieso ist der Tod? Jetzt weiß ich wieso wegen meinem Schild Der hat ihn fertig gemacht Aha, aha Schwach, schwach, schwach Ich brauche Haut Haut, Haut, Haut! Oh Ah, hier ist Ja, ok Ist das schon ein Lillchen? Ja Ja Im Januar angefangen zu zocken Ha, das ist schon geil Wir fangen am Januar und wir fangen am Januar und wir fangen am Januar Ich glaube Okay Also, so schlimm ist nichts passiert Mal sehen Mal sehen was für eine Mission hat er noch Mal sehen Hallo Glitmaßen Ich freue mich schon auf meinen ersten Kredit Alter Alter, ist das fucking Wie scheiße Ich freue mich auf den ersten Kredit Bist der behindert Bist der behindert oder was? Ja 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 Nein Ich freue mich Ja Toll Ich freue mich Ich freue mich Auf Wieder Auf Wieder Ich freue mich Okay, jetzt habe ich die Schnauze wohl Ich freue mich Nice Morgen Malzeit ist morgen Juhu Das ist eine neue Gmiapiss Das ist eine neue Gmiapiss Aber sowas von Das nehmen lieber ein bisschen schwächer Aber schiessen Ja, endlich Du solltest alles wie behinderte die Muni Tchuuu Ich möchte aus einem großen Angebot auswählen können Ich möchte aus einem großen Angebot auswählen können Ich möchte aus einem großen Angebot auswählen können Wir Menschen liegen die Qual der Wahl Okay Kann schon, aber du bist echt Blemblem sag ich so Wer ist Roboter? Hm Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü Ehh ja Und jetzt? Gibt es hier noch was? Nein, ich muss weiterfahren Dann vielleicht noch etwas anderes Fuori Sonst würde ich Kaki 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 machin Kaki Kaki machin Ja. So, fangen wir weiter. Was ist das? Ach du scherz Ja 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 Komm zu mir Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, die kämpfen Ich freue mich Hm G realizes lost Nin Und Doch Da JA Ja, so sollte sein Ist das nicht dein fucking Ender? Du willst mich abschießen Was für folge will mich abschießen? Ah, der Eieieie Eieie Knapp Eieieie Und jetzt muss ich da dran Was? Was war das für ein Bug? Ist mir ja nichts passiert doch Ah, ich bin überhaupt nicht wieder reingeflogen Gar nichts Nice Oh Oh nice Oh nice Oh! 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 Oh, eine Krossi, Mann. Oh! Oh! Oh, ja! Super wildes! Super wildes! Oh! Der hat's gesucht! Das tut weh, das tut weh, das tut weh! Wo sind die Mitgliedmaß? Oh! Und noch einer fehlt! Wieso muss ich da oben gehen? Und dann passt schon! Da haben wir unser Gliedmaßen! Maßen, maßen! Oh! Oh! Du an... Lola! Alter! Ich siehst das nicht dein Ernst! Lola! Ich bin wieder da! So sollte sein So viele Gliedmassen! Ich kann es kaum erwarten sie anzuprobieren! Kommt zurück! Jaaaaa Tolle Wahl! Gliedmassen zu probieren! Hat er ja keine Hobbys? Oh ne Scheiß! Der will Gliedmassen ausprobieren! Läuft! 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 Jetzt habe ich ihn in meine Mission gepüllt! Aber jetzt muss ich zurück! Was ist das? Muss ich nach hinten gehen? Okay! Läuft! Läuft! Ja! Ja! Juhu! Läuft! 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 So, fertig. Ja, diese Gliedmassen sind eindeutig die besten. Menschheit, ich komme. Hallo, ich bin ein Mensch. Ich nehme Nahrung zu mir und ich begehre Dinge. Ich habe Kreditkartenschulden und eine Frau, für die ich nichts empfinde. Och, irgendetwas stimmt immer noch nicht. So, was nennen wir? Stört ihr oder das? Ich nehme das. Ich weiß, was stimmt immer noch bei dir nicht. Du bist ein fucking Roboter. Ja, wollt ihr das machen? Gehen wir auf diese Seite. Juhu, alles komplett. Yeah, ich freue mich. So, wenn wir alles komplett haben, dann gehe ich jetzt auf... ALARCHI. Genau, ich geh auf das. Aber das wäre das nächste Level. Leute, das war's von mir und wir sehen uns nächsten Mal. Ciao!